so nochmal für alle möglichen wir filmen uns immer gegenseitig mal gucken wer die besseren filme macht kann ich auch ja wir sind hier in agaete man kann hier ein bisschen schwimmen gehen der wetter ist herrlich wir hatten ja heute mittag da waren wir einmal in akuras da hat es dann geregnet das war doof und dann waren wir in fergas da hat es nur ein bisschen getrüpfelt aber das war jetzt nicht wirklich was aber braucht natürlich kein mensch aber ist egal ansonsten ja die sonne brauchen wir nicht über sprechen das ist hier eine tolle tolles meer gut ist nicht für jeden was aber auf den harten steinen da liegen würde ich auch nicht gerne machen wir uns auf dem weg nach hause ungefähr zwei stunden noch fahrt und dann das war es doch das war es dann herrlich kann man nicht anders sagen